Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Klein Tika anzunehmen bei Klein Tika. Die befindet sich hier in diesem Käfig in Zuldazar. An dieser Position. Auch ein bisschen die Gegend. Nehmt die Quest nun an. Du darfst nun diesen Zetra Käfig mit der rechten Maustaste anklicken. Nun darf ich Klein Tika als Meister finden. Du darfst mich hier durchkämpfen. An dieser Stelle der Hinweis, dass falls euch das Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben und oder meinen Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen und motiviert mich weitere Quests aufzunehmen und hochzuladen. Ja, das dachte ich mir, dass der dann... Wow. Oh, der Debuff gab es mir viel Schaden. Wow. Oh, der Debuff gab es mir viel Schaden. So. So. Erweiter diesen Fake Event lang. Versucht den Mobs auszuweichern. Versucht den Mobs auszuweichern. Nicht so gut gelungen. Versucht den Mobs auszuweichern. Und dann... Darf mich nun hier in dieses Gebäude begeben. Mache hier auch die Map auf. Da bin ich. Darf hier diesen Häuptling Chantika mit der rechten Maustaste anklicken. Nun kommen hier Mobs. Anscheinend Quest-bedingt. Oh, da habe ich einen Andwen-Mob geddet, der eigentlich zu einer Andwen-Quest gehört. Hoffentlich geht es gut aus. Sieht aber ganz gut aus, erstaunlicherweise. Hab nichts zum unterbrechen, schade. Jetzt einfach nur ausweichen. Undere werden kommen. Wie gesagt, der Mob hat nicht zu Quest gehört. Nun darf ich kleinen Tika zur Bestienmutter Chabati bringen. Es sei aber davor kurz was. Ich laufe so schnell es geht zum Quest-Abgabepunkt. Deshalb habe ich was gegessen. Boah, die anderen Mobs will ich aber nicht. Sieht aber jetzt mittlerweile okay aus. Ich hatte nicht vor in diesem Video ewig zu kämpfen. Oh, wie man sieht, sind die Wachen ziemlich stark. So, Quest ist abzugeben bei Bestienmutter Chabati in Zuldazar an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao. 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 Ciao.